herzlich willkommen zum neuen video heute besuchen wir ein altes vorsthaus was es da gibt und ob was finden sehen wir gleich viel spaß ja das nenne ich doch mal lost ja gucken wir mal hier rein ob hier noch was zu sehen drin ist aber auffällig hier gibt es sogar noch im keller ich denke mal groß wird er nicht sein so ein kleiner raum hier oben weiter also die leiter ist zwar noch einigermaßen stabil aber hoch gehen welche nicht guck mal von hier war viel ist ja eh nicht gut dann gehen wir hier erst mal wieder raus es kommt ja noch was besseres das ding ist aber richtig verfallen ist ja lebensgefährlich ich habe ein fußbohnen das war hier oben mal ja aber graf für die darf hier auch nicht fehlen stehen kommen noch wände aber die noch stehen werden voll geschmiert hier hinten waren wahrscheinlich mal die toiletten ich muss mal bepressen wo man hintritt doch keine toiletten hier sieht sogar noch gut aus jetzt bin ich immer im haus rund um aber ins geht da nicht von mir verlangen dass ich hier hoch gehe was ist das für eine große tier da am schornstein wo der da mal geräuchert könnte sein ja jetzt bin ich vorsicht selber wieder draußen da drin ist es doch ganz schön kriminell das ding ist ja noch richtig aus holz gebaut ja wenn man jetzt von hier guckt sieht man das haus kaum total verwachsen also was andere immer als lost place bezeichnen das nenne ich mal ein lost place hier ist nur noch eine ruine hier ist sogar auch noch ein kellerfenster war ich da vorhin drin sieht so aus So, jetzt bin ich auch gleich einmal drum rum, Brennnesseln über Brennnesseln. So, das war es dann auch schon gewesen vom kleinen, aber feinen Lost Place. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, vergesst das Däumchen nicht und sag dir mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye.